In diesem Video werde ich Hinweise und Tipps für den Stochastikwahlteil der Abiturprüfung 2020 für Allgemeinbildende Gymnasien in Baden-Württemberg zusammenfassen. Bevor wir uns die einzelnen Teilaufgaben anschauen werden, will ich euch noch ein paar kurze Hinweise geben. Die Stochastikaufgabe besteht in der Regel aus 3 bis 4 Teilaufgaben, beispielsweise A bis D. Die einzelnen Teilaufgaben können aber auch verschiedene Fragestellungen beinhalten. Sehr wichtig ist, dass die Teilaufgaben unabhängig voneinander lösbar sind. Also könnt ihr beispielsweise die Teilaufgabe C bearbeiten, ohne die B zu lösen. Anhand der Haupt- und Nachttermine der letzten Jahre kann man meistens ein gewisses Muster erkennen. Diese Muster will ich hier natürlich verdeutlichen. Außerdem findet ihr im Abspann dieses Videos auch Hinweise für die Wahlgebiete Analysis und Vektorgeometrie oder für den Pflichtteil. Also der Teil ohne Taschenrechner, sowie Playlist mit Tutorials zu verschiedenen Abi-Themen, die hier angesprochen werden. Und los geht's. Bei den Teilaufgaben A und B handelt es sich um grundlegende Aufgaben, deshalb kann man es auch als die Vorspeise bezeichnen. Also es geht meistens um relativ einfache, binomial verteilte Fragestellungen. Dabei geht es meistens nur darum, Ansätze mathematisch richtig zu interpretieren und so umzuformen, dass man das Ganze mit dem Taschenrechner bearbeiten kann. Dabei spielen solche Schlüsselformulierungen wie genau, höchstens, mindestens mehr oder weniger natürlich eine wichtige Rolle. Zur Erinnerung, das Wort genau wird mathematisch als Gleichzeichen übersetzt. Höchstens ist kleiner gleich, mindestens ist größer gleich, mehr ist größer und weniger ist kleiner. Außerdem kann es auch passieren, dass Lösungsansätze mit der Bernoulli-Formel interpretiert werden müssen. Damit meine ich, ihr kriegt beispielsweise eine Bernoulli-Kette oder eine Bernoulli-Formel und ihr müsst anhand des Sachverhalts oder der Aufbau erkennen, was diese Formel berechnet und im schlimmsten Fall auch eine Fragestellung formulieren zu der Sachaufgabe. Vergiss nicht, die Merkhilfe liefert euch auch die Bernoulli-Formel für den Fall, dass ihr es vergessen habt. Dabei müsst ihr euch nur erinnern, dass zum Beispiel 20 der Stichprobenumfang ist oder die Anzahl der Versuche, das ist der sogenannte N. Dann 3 ist die Anzahl der Treffer oder K und 0,4 hier ist natürlich die Trefferwahrscheinlichkeit, also klein p. In diesem Zusammenhang kann natürlich, wie gesagt, auch die Bernoulli-Formel auftauchen. Aber es gibt auch ein paar miese Fallen, weil nicht alle Fragestellungen binomial verteilt sein müssen. Deswegen müsst ihr die drei Eigenschaften der Binomialverteilung kennen, um richtig zu entscheiden, ob ihr das anwenden dürft oder nicht. Zur Erinnerung, bei einer Binomialverteilung gibt es nur zwei Ergebnisse, die sogenannten Treffer bzw. Nicht-Treffer. Zweitens, die Trefferwahrscheinlichkeit p muss immer konstant sein, also es handelt sich ausschließlich nur um Ziehungen mit zurücklegen. Und die dritte und wahrscheinlich die mieseste Eigenschaft ist die Tatsache, dass die Binomialverteilung keine Reihenfolge berücksichtigt. Das bedeutet, sobald ihr eine Aufgabenstellung merkt, es handelt sich um eine Reihenfolge, ist die Aufgabe nicht mehr binomial verteilt. In allen anderen Fällen, wenn die Aufgaben nicht binomial verteilt sind, hilft es meistens, wenn man sich das Ganze mit Hilfe eines Baumdiagramms vorstellt. Damit kommt man am besten zum Ziel. Die Teilaufgabe B oder C kann man an dieser Stelle auch als Hauptgang bezeichnen. Da handelt es sich meistens um komplexere Aufgaben in Bezug auf die Binomialverteilung. In erster Reihe musst ihr die Suche nach dem Parameter n, p oder k beherrschen. Damit meine ich Lösungsansätze richtig bilden und mit dem Taschenrechner den gesuchten Parameter bestimmen. Außerdem kann es häufig vorkommen, dass auch Aufgaben in Zusammenhang mit dem Erwartungswert der Binomialverteilung vorkommen. Zur Erinnerung, die Formel dafür, ganz einfach, µ ist gleich n mal p. Auch hier können selbstverständlich miese Fallen auftreten. Und zwar in erster Reihe die gleichen Fallen, die ich auch bei der Teilaufgabe A erwähnt habe. Also man muss wieder die drei Haupteigenschaften der Binomialverteilung kennen. Verstärkt allerdings kommt es vor, dass Sie die Fragestellung mit einer Ziehung ohne Zurücklegen mischen. Also achtet bitte auf diese Kleinigkeiten. Und zum Schluss unser Dessert. Hier sind die einseitigen Hypothesentests Gang umgebe. Damit meine ich natürlich ein links- oder ein rechtsseitiger Test. Hier, nicht vergessen, die Merkhilfe hilft euch auf jeden Fall bei der Bildung der Lösungsansätze bzw. Entscheidungsregel. Und in diesem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig, dass ihr wisst, wie man die Irrtungswahrscheinlichkeit bzw. diesen Fehler erster Art bestimmen kann. Zur Erinnerung, die Irrtungswahrscheinlichkeit oder der Fehler erster Art ist immer die Wahrscheinlichkeit des Ablehnungs- oder Verwerfungsbereichs. Alternativ können hier auch komplexere Aufgaben in Bezug auf den Erwartungswert auftauchen. Damit meine ich natürlich den Erwartungswert von sogenannten Glücksspielen. Es geht, wie bekannt, um faire Spiele, Einsatz, Auszahlung und Wahrscheinlichkeitsanpassung. Das sind die wichtigsten Sachen. Ich hoffe, dass diese kurze Zusammenfassung euch eine Übersicht über den Leerstoff vermitteln könnte und wünsche euch natürlich viel Erfolg.